Das war 6, das war 6, also mach ich das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, nein, 2, 3, 4, 5, 6, dann kommt das so und so. Ja, das Feld muss reichen und dann mach ich das einfach noch in die Richtung. Hallo. Was? Hä, mein Block ging grad nicht weg. Okay, ich bin gleich am Verrecken. Wenn ich jetzt gleich recke, bin ich tot. Gibst du mir bitte Fleisch, bitte. Ja, ich bin doch dabei. Ich hab ein halbes Herz und hab keine Keule mehr. Ja, warte, ich bring dir schnell mal. Es wackelt schon, danke, gib mir das. Jesus, du hast ja enge Weide. Kannst du mir noch was geben? Guck in den Ofen. Ich guck in den Ofen. Deine Lebensgründung. Da hinten sind übrigens auch viele Schweine. Ja, die hab ich gegählt. Was ist das? Ich hab null Holz, man. Oh, noch ein Stück brauch ich. So, ich... Ja, ich hab ne Schaufel und ne Hau. Wow, ich geh ein bisschen Holz fällen. Ja, okay. Wir sollten vielleicht erst mal ein Haus machen? Ja, irgendwie schon. Wir bauen uns irgendwie gar kein Haus. Bau uns erst mal ein Haus, bitte. Hast du schon Wolle? Ruhi Haus. Dafür brauche ich Haus, ja, klar. Ich hab, ich hab ein bisschen Holz. Ich hab 14 und 64. Wow. Reicht doch erstmal für den Anfang. Bau uns das riesigste Haus, man. Ja. Hier ist schon wieder ein Loch in der Erde, man. Soll ich's dir erstmal geben? Ich bin im Wald. Das ist Holz, mein ich. Ja, ich hab auch nichts anderes erwartet, dass du das meinst. Naja, aber die anderen... Naja, die anderen, aber damit meine ich irgendwelche, die gerade zugucken. Meinst du, irgendwelche gucken, dass bis gerade eben bis jetzt, bis jetzt passieren? Wenn das bis... Wenn es irgendjemand bis hier hinguckt, dann soll er jetzt einen Kommentar schreiben. Einfach sagen. Ja, ich guck bis hierher. Spaß, nein. Doch, meine ich wirklich so. Timo, halt deinen Mund. Okay. Hast du jetzt eigentlich schon Wolle, oder nicht? Ja, 16 Stück, immer noch. Tschüss, okay. Dann bauen wir uns zuerst mal zwei Betten, du... Betty. Betty. Das ist genau wie du mit deinem... Wie hieß der noch? Huckleberry was? Huckleberry Finn. Ja, aber wie hattest du den genannt? Huckle Billy Jones. Genau. Billy Jones. Wer ist das überhaupt? Ich kenn den nicht mal. Huckleberry Finn, oder wer? Yeah. Wer ist das? Ich kenn den auch nicht. Aber man kennt den vom Namen her, oder? Ja, aber ich weiß auch nicht, was er ist. Ich auch nicht. Kann das jemand beantworten? Ich kenn das nicht. Huckleberry Finn. Ich kenn zwar googeln, aber irgendwie bin ich zu faul zu. Und irgendwie interessiert's mich auch gar nicht. Also irgendwie schon. Man kennt irgendwie Huckleberry Finn, aber ich hab keine Ahnung, was wirklich ist. Mir geht's genauso. Krasse Sache. So, das ist jetzt ein 6x6 Feld. Also machen wir das so. Dann machen wir hier auch nochmal 6x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So doof hier hast du mir gar nicht zugehört. Ja, irgendwas mit Sunsetting. Ja, die Sonne geht unter. Wir sind sowas von im Popo. Ja, mach uns ins Bett und wir graben uns in die Erde. Ich hab keine Ahnung. Ich hab Holz. Ich hab 52, 51, 50. Junge, Junge, wo kommt der Zombie her? Weiß ich nicht. Hä? Wo kommt der her? Und vor allem der brennt. Ja? Das ist unruhig, der brennt. Der hat einen Eisenspech, wie du sagst. Ja, gib's mir. Nö. Ich hab keins. Du griffst mein Steinschwer. Ja, okay. Bin ich einfach so? Du griffst mein Steinkram. Ja, danke. Wie ist das? Alter, mir tut der Rücken weh vom Sitzen. Mir tat der Rücken weh vom Stehen heute beim Arbeiten. Oh. Timo, Juki sagst du, sollst sowas bitte unterlassen. Sorry, Gott. Nö? Ich glaub, das Weizenfeld, das wird jetzt groß genug, oder? Ja, das ist groß genug. Gut. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in letzter Zeit alle Let's Player irgendwie die gleiche Stoffaktur vom Leben haben? Bauen sich ein Weizenfeld, bauen sich ein komisches Haus. Ja, anders geht's ja nicht. Am Anfang muss immer so sein. Ich bin aber kein Farmer. Ich bin der Farmer, bin ich geboren, auf den Antomek Kühe. Alter, bauen uns zwei Bette und lass uns in die Erde. Okay. Nö, ich brauch mir nur ein Bett alleine. Höh, du Egoismus. Da ist ein Bett. Wo, 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 wo? Irr, mein Telefon. Da. Hab's, hab's. Okay, wir müssen uns in die Erde graben. Mein Ernst? Ja. Ich will mich nicht in die Erde graben. Ich will mich nicht in die Wand graben, das ist uncool. Was bist du denn für Lowey? Sorry. Ich hab, wenn wir sterben hier und in der Erdhülle wird's zu eng jetzt. Nein, das ist doch das Geil. Das ist das Bissen. Stimm mal auf. So geil. So geil. So mach ich's. So nicht ein geiles Haus? Ja, ich glaub ich brauch uns noch eine Leiter. Da schlafen wir dann drin. Das ist ein Skelett, ich kill ihn. Ich kill ihn? Ich kill ihn, Skelett. Das Skelett. Oh nein, bitte schreib mich nicht bei Skype an, da hab ich jetzt kein Bock zu. Aua. Ich wurde grad bei Skype angeschrieben. Wirklich? Ja. Ich hab's nicht gehört. Guck mal was ist. Klar. Da sind Kürbisse. Wollen wir eigentlich Kürbisse auch anpflanzen? Nee, oder? Für was? Warum nicht? Für was? Das ist total sinnlos. Warum nicht so? Alter, ich hab kein bisschen Stein. Wirklich null. Da ist eine Spinne. Hinter dir. Wo kommen die Dinger immer her? Ich weiß es nicht. Warum steht hinten Zombie... Warum greift sie dich nicht an? Ach, erster Tag. Warum haust du's jetzt bitte? Mein Auge. Gibst du mir bitte ein bisschen Stein? Nein. Ich hab selber noch 22. Ja, ich brauch nur 10 oder ein paar. Keine Ahnung. Ja, kack mich nicht so voll. Okay. Danke. Was wollte ich überhaupt machen? Ach ja, ne Schaufel. Fürs erste Schlafmörder. Mach uns bitte ein Haus. Bitte. Hey, komm. Guck dir die Erdlooker an. Hey. Das ist das beste Haus ever. Komm. Ja, Mann. Mann, ja, nur für den Anfang. Lass uns jetzt bitte ein Haus bauen. Ich mach jetzt die Weizenfarm fertig und du machst... Und jetzt fängst du jetzt mal bitte das Haus an. Wir machen es erst mal provisorisch, so wie wir es immer machen. So ein ganz einfaches. Für den Anfang. Wir müssen ja jetzt noch nicht kein Megahaus hinlegen. Ich baue es ja rein in die Band. Ja, da müssen wir aber ziemlich viel Stein abmachen. Und? Ich brauch so viel zu bauen. Soll ja nicht schön werden. Muss ja nur zweckemäß sein. Ja, also nur für den Anfang. Später werden unsere Häuser sowieso größer. Wir machen bestimmt wieder so ein Megaturm wie in dem anderen. Den hab ich allein gebaut. Ich weiß, da war ich ja nicht da. Aber wir haben auch schon so krasse Sachen gemacht wie unser hässliches großes Haus. Das war richtig hässlich. Das war so mega hässlich. Wir wollten es jetzt für das geile Haus machen und dann wurde es so eine Missgeburt. Hey, komm, das Haus ist fertig. Oder? Ja, für den Anfang ist ein Möpurs. In meinem normalen Sphär habe ich mir ein bisschen mehr Möpurs. Hast du keine Hose mehr?